Hiho und willkommen zurück meine lieben Freunde der Zaubererzunft zu Battlemages. Gehen wir mein Teurer. Ja, in der letzten Outdoor Session haben wir erfahren, dass einer unserer Magier, Mitmagier des Zirkels uns verraten hat. Und jetzt sind wir dabei gegen ihn vorzugehen, mehr oder weniger. Dazu brauchen wir Hilfe aus der Stadt hier. Die wiederum braucht aber Hilfe mit sehr vielen Umlandsproblemen. Gehen wir mein Teurer. Und ja, dabei helfen wir jetzt. Und gleichzeitig gucken wir, dass wir noch einen... Nur Vögel sind schneller. ...Erfahrungspunkt kriegen. ...einen Erfahrungspunkt, einen Stufenaufstieg für die Führerschaft. Dann können wir unsere beiden Schwertkämpfer-Truppen und unsere Bogenschützentruppen upgraden. Mit Schwert und Ross. Wir dienen dem Kaiserreich. Und ihr hängt mal wieder einem Baum fest. Ah, Wildschweinchen geben zwar nicht viele Erfahrungspunkte, aber sie geben wenigstens welche. Und ja, da gibt's auf jeden Fall noch eine Naturmagiequelle. Gehen wir mein Teurer. Ja, das Gemeine war halt am Anfang der Mission... Nur Vögel sind schneller. Ja. Wohin gehen? Gehen wir. Ja. Wohin gehen? Mit Schwert und Ross. Wen töten? Ja. Ich ist mir eine Ehre. So, eigentlich wollte ich ja... ...dass die Truppenerfahrungspunkte kriegen. Gehen wir mein Teurer. Ja. Eure Befehle? Gehen wir mein Teurer. Wohin gehen? Mehr Blut. So, ich halte dich erstmal zurück. Ihr schießt jetzt auf den. So, damit sind die beiden schon mal bereit fürs Abgrüchten. Äh, great. Wo ich nochmal heilen. So, die Naturmagiequelle ist ready. Wen töten? Wen töten? Steine. Wen töten? Nur Vögel sind schneller. Ja, was die halt immer töten wollen. Wohin gehen? Aha. So, die Steine sacken wir mal ein. Heilen die nochmal. Ah, nun, wir wissen nicht. Vor allem hätte ich gern zwei Trupp-Paladine, bevor wir uns mit... ...den Untoten hier kloppen. Gehen wir mein Teurer. Also ja, ich könnte jetzt schon mal gehen und die beiden Squads upgraden. Und ja, es ist auf jeden Fall cool, die Reiterei zu haben. Ja. So, wir brauchen noch ein paar. Gehen wir mein Teurer. Ja? Gehen wir mein Teurer. Schicken wir euch mal kurz nach da hinten an den Kartenrand. Weil in der ersten Mission haben wir ja... Vorwärts! ...am Kartenrand eine Karawane von Goblins gesehen gehabt. Aber ne, hier ist nichts. So, wir können auf jeden Fall die Höhle da hinten clearn und die Nahrung einsammeln. Mal kurz zur Stadt gucken. Oh, die kloppen sich mit Untoten, die immer mal wieder kommen, so wie es aussieht. Also ja, Armee 16, Bauern 12. Hm. Ist freundlich. Ja, wir könnten jetzt hier Magier kaufen. Die kosten allerdings 2 Führerschaft. Paladine kosten auch 2 Führerschaft. Nur Vögel sind schneller. So, okay. Ja. Dann schnappen wir uns mal die beiden Trupps. Gehen wir. Zum einen, um die Wildschweine auszuräuchern. Ich, vorwärts! Gehen wir mein Teurer. Auf euer Kommando. Auf euer Kommando. Und um zu gucken, was wir da hinten haben, wenn es nämlich nur eine Skeletthöhle ist, kriegen das die beiden Trupps auch ganz... Mehr Blut! ...ordentlich alleine hin. Wichtig ist aber jedenfalls, dass die beiden Erfahrung sammeln. Gut. Wir dienen dem Kaiserreich. Hm. Ah, gut. Mit Vergnügen. Vorwärts! Also ja, den Friedhof hier unten, den haben wir bereits gemacht gehabt. Weil da sind uns die Orks dann entgegengekommen. Mit Vergnügen. Auf euer Kommando. Aber was wir hier haben... Auf euer Kommando. Seltsam. Die Hülle sieht aus, als wäre sie versiegelt worden. Ja. Ja, scheint so. Werwölflager. Über Nacht sind Kinder verschwunden. Die Spuren der Kidnapper führen in die Ausläufe des Gebirges. Und die Spuren sind mal menschlich materisch. Es sind Werwölfe. Wir zahlen euch 500 Goldstücke für den Tod dieser Monster. Das müsste dann hier oben sein, so wie das aussieht. Jawohl, Sir. Ja. Ja. Also ja, mit ein paar Wehrwölfen dürften wir auch zurechtkommen. Erstmal aber hier die Wildschweinchen weg. Ja. Wohin gehen? Gehen wir, mein Teurer. Angriff! Wir dienen dem Kaiserreich. Wohin gehen? Also gut, die haben die nächste Stufe erreicht. Mehr! Mit Schwert und Ross. Nur Vögel sind schneller. Gehen wir, mein Teurer. Oh, ein paar Untote kommen. Mit Vergnügen. Gehen wir. Ja. Zum Angriff! Sind schon so gut wie da. Ja. Mehr Blut! Jawohl, Sir. Gehen wir. Gehen wir. Wir dienen dem Kaiserreich. Nur Vögel sind schneller. Okay, da liegt Gold rum. Das können wir uns dann nachher auch holen. Aber erstmal da die Höhle mit den Untoten. Ja. Wir dienen dem Kaiserreich. Wir dienen dem Kaiserreich. Auf euer Kommando. Ja. Ich. Und da oben könnten auch jederzeit wieder ein paar Wehrwölfe herunterkommen. Oh, und wir können jetzt schon mal auf 10 erhöhen. Das heißt, wir können nachher, wenn wir hier auf der Seite fertig sind, auf jeden Fall unsere Paladine und unsere Schwertkämpfer und Bogenschützen upgraden. Ach, das ist eine Orkhöhle hier drüben. Mit Vergnügen. Mit ein paar Kämpfern drin. Ja. Auf euer Kommando. Jawohl, Sir. Bekloppt euch bitte mit meinen Schwertkämpfern und nicht mit meinen Bogenschützen. Ja. Wir dienen dem Kaiserreich. Nur Vögel sind schneller. So, die Schweine. Können auch weg. Eure Befehle? Ja. Mit Vergnügen. So, jetzt geht mal weiter in den Norden und euch schicke ich mal hier hin. Auf euer Kommando. Also ja, die Ritter und die Schwertkämpfer und alles. Ja, ist mir eine Ehre. Wen töten? Ja. Jawohl, Sir. Nur Vögel sind schneller. Kann ich endlich mal Einheiten aufteilen? Jawohl, Herr. Ich gehe. So, Gold. Ich gehe. Gold ist immer gut. Die kann Tropenhöhle. Vorwärts. Ja. Na, die Verteidiger scheinen schon draußen zu sein. Gehen wir, mein Teurer. Vorwärts. Vorwärts. Diese Kreaturen werden niemanden mehr drohen. In friedlicheren Tagen habe ich vielleicht einmal Gelegenheit, das Phänomen der Lykanthropie genauer zu studieren. Ja. Nur Vögel sind schneller. Gehen wir, mein Teurer. Ja, ich kann jetzt mal ein bisschen Foreshadowing machen in... Im zweiten Teil, oder eben der Standalone-Expansion, wie man es nennen möchte, erfährt man, woher die Lykanthropie kommt. Aber nicht, wie man sie aufhalten kann. So, die schleppen schon relativ viel Zeug mit sich rum. Vorwärts. Gehen wir, mein Teurer. Vorwärts. Gehen wir, mein Teurer. So. Hier sind jede Menge Rekrutkämpfer in der Orkhöhle. Gehen wir, mein Teurer. Da sollten die Truppen allerdings ganz gut hinkriegen. Töten! Gehen wir, mein Teurer. Dann, probieren wir, mein Teurer. Deine victories. Det ist okay. Gehen wir, mein Teurer. Die Grenzen sind gesichert. Die Orks von den Hüggeln werden kein fremdes Land mehr mit Waffen durchgeführt. Andernfalls erheitet sie das gleiche Schicksal. Eure Befehle? Ja. Jawohl, Sir. Ja. Eure Befehle? Nur Vögel sind schneller. Gehen wir, mein Teurer. Wir dienen dem Kaiserreich. Auf euer Kommando. So, die Jungs sind schon mal aufgestiegen. Ja. Wir haben Gold. Ja. So, noch mehr Gold und Nahrung. Ja. Ja. Ja.